Wer ist die Schönste im Tuning-Land? Die Wahl zum Freiburger Tuning-Girl 2015 im Rahmen der Tuning- und Sound-Convention beantwortete diese Frage. Dabei hatte es die Jury nicht leicht, sich zu entscheiden. Denn es waren sechs schöne junge Damen, die es ins Finale geschafft hatten und um den Titel konkurrierten. Ihre Herausforderungen? Ein Live-Walk, ein Fotoshooting auf der Bühne und ein Interview. Gleich drei dritte Plätze vergab die Jury, da die Teilnehmerinnen einfach so gut waren. An Isabel, Martina und Anna. Den zweiten Platz teilten sich Dascher und Tanoa. Glückliche Siegerin wurde Rosa aus Villingen-Schwenningen, die selbst ein getuntes Auto besitzt und sich in der Tuning-Szene zu Hause fühlt. Schöne Frauen, tolle Autos, fundierte Beratung und erstklassige Unterhaltung. Gute Gründe für den Besuch der Automobil 2015.